Konnichiwa Anime und Gameotakus. Da sind wir wieder zu einem neuen Part von Watch Dogs 2. Ja, wir müssen jetzt erstmal zu unserem Ziel fahren. Ich habe keine Ahnung wie wir da hinkommen. Ich habe hier gerade mal ein Auto geklaut schonmal. Hier sind Cops. Ich muss aufpassen, dass ich die nicht ramme oder so. Ich muss sagen, der Fasti ist sehr gewöhnungsbedürftig. Das Auto ist sehr leicht unkontrollierbar. Aber okay, was anderes können wir auch nicht machen. Wir müssen ja damit leben. Man sieht, das schleudert übelst. Die Steuerung ist echt krass beim Fahren. Ich muss aufpassen. Bei Verfolgungsjagden oder so, das wird eine Katastrophe wieder werden. So, fahren wir mal. Ach, ist ja gleich hier. Ich dachte, das ist jetzt ein bisschen weit entfernt. Ging ja ziemlich schnell jetzt. Hacken. Okay. Das ist ja unser Hauptauftrag jetzt hier. So, fahren wir mal hier rum. Nein, das ist nicht unser Hauptziel. Wo ist unser Hauptziel? Das ist da hinten. Was zum Teufel? Warum wurde das mir hier angezeigt? What? Was ist das? Forschungs-App. Spezielle Fähigkeitenbäume freigeschaltet. Jeder. Okay. Blackout. Wie kriege ich das denn aber? Ich verstehe das nicht. Es ist immer noch das Gleiche. Ja, ist ja schön, dass er sich geoutet hat. Das gehört wirklich viel Mut dazu. Ähm. Mhm. Wie soll man das bitte hacken? Verstehe ich nicht. Ich weiß nicht mal, wo es ist. Was ist da hinten? Äh. Wie soll man das hacken? Neun Meter. Da komme ich doch gar nicht hin. Das ist irgendwie ein bisschen tricky hier. Okay, ähm. Ja. Ich muss das noch herausfinden. Das ist ja alles noch Neuland für mich. Wir wollen ja hier hin. Hauptquartier. Okay, dann müssen wir mal... Ja, okay. Ganz ruhig, Lady. Wow. Ich sehe gerade mein Leben. Ist nicht so super. Das blinkt da oben. Ich weiß nicht. Sterbe ich bald? Wahrscheinlich mit einer dummen Aktion sterbe ich. Ah. Es tut mir leid. Oh nein. Ich habe den überfahren. Aber ihr müsst bei mir aufpassen. Ich kann nicht hier gut fahren. Oh nein. Fickt sich. Ich habe zwei Menschen. Lebst du noch? Kann ich nicht... Was? Tut mir leid. Ich fahre lieber was weiter. Es tut mir voll leid. Es tut mir richtig leid. Aber hier kann man überhaupt nicht bremsen. Was? Hier ist ein neuer Song? Wo? Was? Ich verstehe das ganze Spiel nicht. Ich hasse es, wenn man im Spiel ist, also ein Spiel anfängt und so viel Informationen, so viel Sachen auf einmal sind, dass man nicht durchblickt. Dass man überhaupt nicht mehr durchblickt, was man machen soll. Das ist schon krass. Aber okay. So. So ist das nun mal. Alter, was steigst du denn mitten auf der Straße aus? Bist du behindert? Boah, unser Auto sieht auch nicht gerade sehr schön mehr aus. Aber was soll ich machen? Wenn ich Leute überfahre und, was weiß ich, überall gegenfahre, ist das kein Wunder. Nee. Ich mag das echt, durch die Gegend so mit dem Auto rumzufahren. Das macht echt Spaß. Aber okay. Das heißt nicht, dass ich dann gut fahre. Oh Gott. Oh Gott. Sorry, sorry. Oh, das war ich. Man scout in der Nähe. Was für ein Ding? Was ist das? Hier sind Meter, die angezeigt werden. Hier steht... Bleibt es stehen? Sorry, Leute. Man, ja, ich kann nicht die Karte wegmachen. Tut mir leid. Hier irgendwie ist was. Ich will jetzt wissen, was das ist. Okay. Ich habe keine Ahnung. Aber irgendwas wird hier angezeigt. Das ist irgendwie so ein Ausguck-Dingsbums. Das ist hier irgendwo, oder? Steck mal kurz aus. Steck doch mal aus. Hier irgendwo ist ein Ausguck oder sowas. Na, wie ist... Na, wo ist denn das? Ich habe dich auch nicht gesehen. Was? Wo ist denn das? Fotobombe? Hä? Ach, das ist hier. Oh. Okay, das habe ich jetzt aber... Hä? Hä? Das sieht aber gar nicht hier danach aus, wie auf der Karte da... Also, was da gerade angezeigt wurde. Was? Was? Was ist das hier? Souveniershop oder was? Ich gucke mal. Güte. Oh, cool. Ist ja cool. Ich weiß nicht mal, wie viel Geld ich habe. Ach, da in der Tasche. Oberteile. Boah, das gibt schon coole Sachen. Wie er so klatscht. Aber das würde nicht passen. So, ein bisschen was Buntes anziehen, sonst... Ja. Ich nehme mal ein anderes Auto, weil... Ja. Ist halt schon tot. Boah, der Motor, Alter. Boah. Handschuhfach geplündert. Ach, wir plündern Handschuhfächer. Auch schön zu wissen. Alter, die Steuerung ist so krass. Oh mein Gott. Alter, man kann überhaupt nicht lenken. Man kann überhaupt nicht lenken. Oh Gott. Muss man erstmal noch... Ach, wir können ja hier gleich hier abbiegen. Ich drücke... Ich suche mal die Nitro-Taste, aber hier gibt es kein Nitro. Das ist so bei mir irgendwie drinne. Dass es mit Nitro ist. Das wäre aber nicht so... Das wäre kein Vorteil, wenn wir jetzt noch Nitro hätten. Überall kommen diese Totenköpfe. Das sind auch diese komischen Punkte, die wir sammeln können. Müssen wir erstmal noch gucken. Wahrscheinlich wird es uns noch erklärt oder so. Ich habe keine Ahnung. Mal gucken. Hier ist eine sehr schöne und lange Brücke. Geld überwiesen. Hey, ich will Geld plündern. Abheben und nicht überweisen. Was soll denn die Scheiße? Es ist schön hier. Hier kann man schön flüssig durchfahren. Gefällt mir, weil man nur geradeaus fährt. Was? Neuer Song entdeckt. Oh Mann, jetzt hört er mal auf, mich hier zu verwirren. Das wird aber auch nicht angezeigt, wie viele Meter es noch sind, bis wir da sind. So was fehlt mir immer ein bisschen. Aber okay. Oh doch, das wird angezeigt. Aber ziemlich ungünstig. Ich bin jetzt in San Francisco. So, da sind wir zurück. Irgendwie ist mein Elgato abgestürzt, was total bescheuert ist, mitten in meinem Fahren, dass es abstürzt. Jetzt fahren wir wieder alles kaputt. Ja, alles klar. Ich fahre mal jetzt weiter. Ich hoffe, die Elgato macht jetzt diesmal mit. Die ist einfach abgeschmiert. Ich finde das ziemlich nervig. Sollte auch nicht sein, aber kann man nichts machen. Technik versagt irgendwann immer wieder mal. Ja, fahren wir einfach weiter. Ich muss jetzt auf die Zeit achten, dass der Part nicht zu lang wird. Das ist immer ziemlich doof. Aber okay. Weil ich verabschiede mich gerne und sage gerne Hallo in den Parts. Deswegen splitte ich das auch immer. Immer einen Part dann abschließen und dann den nächsten Part anfangen. Andere machen das ja anders. Die spielen die ganze Zeit und schneiden daraus dann was. Aber ja, das ist bei mir manchmal so. Aber nur, wenn ich irgendwelche langen Spielsessions mache, wo es dann nicht anders geht. Ansonsten sage ich immer Hallo. Hallo. So. Ja, wir sind jetzt hier in San Francisco. Und ich habe Angst, weil das ist ziemlich groß hier. Hier fährt ein Bus, ein Scout in der Nähe wieder entdeckt. Irgendein... Das sieht aus wie so ein Graffiti. Da ist es. Ich steige mir mal kurz aus. Ich steige mal aus. Wir haben ja endlich mal was gefunden. Wie macht man das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Das ist Scout X. War das das hier? Wir können sogar Geste machen. Ha, Läufli. Okay. Warum nicht? Sehr merkwürdig. Das ist schon nicht... Die Idee finde ich ziemlich lustig. Ich weiß aber nicht, ob wir das jetzt hier bekommen haben. Nee, haben wir nicht bekommen. Ich will nur, dass sie glücklich ist. Das ist... So, wahrscheinlich. Ah, okay. Wir müssen das richtig im Bild haben. Okay. Scout Mission erfüllt. Interessant. Einfach alles mal austesten, was man hier machen kann. Finde ich sehr lustig. Sehr, sehr lustig. Wir sind sogar gleich da. Hier ist noch ein Song. Ach, keine Ahnung. Man kann die eigentlich runterladen. Glaub ich. Beziehungsweise klauen wir die wahrscheinlich. Aber okay. Uh! Alter, pass auf! Du Idiot! Ich hab Respekt mehr als du. Puh! Ich bin echt einfach abgerutscht. Muss ein Erdbeben gewesen sein. Sonst hätte ich's niemals derart versaut. Ich musste die Farbe komplett abschleifen und dann neu anfangen. Puh, echt scheiße. Aber ich muss sagen, meine Miniaturen-Armee wird klasse aussehen. Was? 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 Was labern die? Sorry! Hey, willst du eine Runde mitspielen? Wir brauchen noch einen Spieler. Das ist eins dieser neuen deutschen Spiele, hä? Scheiße, das ist Freeroad. Hat einen goldenen Ace gewonnen. Wird echt gern, aber ich bin spät dran. Kein Problem. Okay. Interessant, dass man hier mit den Leuten quatschen kann. Sehr lebhaft auf jeden Fall. Du hast zu viele Karten. Okay, nimm erstmal alle Aue-Karten raus. Deine Monster sind kompletter Abfall. Und du hast nur einen Synergie-Bonus von plus eins. Du solltest in maximal vier Zügen oder so plus drei ziehen. Kommt der fette Nerd. Spaß. Mann, was ist mit dir? Ach, egal. Über was redet ihr hier bitte? Über was redet ihr? Klärt mich mal bitte auf. Hier sind auf jeden Fall irgendwelche Spiel... Die zocken hier, oder was? Irgendwie so eine Strategie-Spiele, ne? Und dann kommen die ganzen Super-Nerds. Oh, die Figur sieht geil aus. Ich geh mal lieber es weiter. Oh, guck mal da. Dieser stinke Finger. Voll geil. Aktion beendet zu Hause. Okay. Wow. So viele Bildschirme hätte ich auch gerne in meinem Zimmer. Und dieses ganze Graffiti überall. Voll geil. Okay. 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 Also wir beide ja. Okay, Moment. Wo ist denn dieser andere? Der andere Typ eben? Was ist das hier? Der hat irgendwie die Stimme von Lincoln aus Mafia 3, kommt mir so vor. Was soll man zu dem sagen? Da läuft ein echt kranker Scheiß. Gern würde ich sagen, dass sich unter der harten Schale ein sensibler, charmanter Typ verbirgt. Aber ich glaube, dass der abgefuckte Freak immer durchkommt. Ich weiß gar nicht, wer ihn rekrutiert hat. Er tauchte einfach in lokalen Hackerspaces auf und baute seine Zerstörungswerkzeuge. Am Anfang dachte ich, dass er sich... Okay. Okay, okay, recht. Ich habe gesagt, es reicht. Na, nur Säge. Mit die kann man hier alle quatschen. Wie hat man in der Gegend hier Spaß? Was meinst du? Das macht Spaß. Ja, aber außerhalb dieses Gebäudes. Nein. Okay. Gutes Gespräch, Josh. Ja, das heißt, er hat kein Leben außerhalb. Sehr schön zu wissen. Josh ist also so einer. Interessant. Was ist mit dir? Kennst du dich hier aus? Oder sie will nicht mal reden? Da ist also dieser neue Kerl. Er nennt sich Redrow. Das Stil gefällt mir. Er hat eine Weile in Oakland gelebt. Da hat er sich auch einen Teil seines Rufs als Hacker erarbeitet. Ich habe damals alles über ihn gelesen. Das Home Domain Center hat eine Abmachung mit der Homeland Security getroffen. Sie haben Kameras mit nach Oakland gebracht und begonnen, über jeden Daten zu hauten. Irgendwie geriet Redrow dabei ins Visier. Wegen seiner Computerskills wurde er beim Profiling als Hauptverdächtiger in einem örtlichen Hightech-Überfall markiert. Die Beweise waren rein digital. Nichts bewies sein Aufenthalt an diesem Tatort. Und die Verhandlung war eine Farce. Mit lauter Aussagen von Leuten, die keine Ahnung von Technologie haben. Nur Lügen. Falsche Markierungen und Panikmache. Sie gestanden nicht im Kleinen Fehler in ihrem System ein. Redrow hatte Glück. Er traf auf einen Richter, der sich gegen die Höchststrafe entschied. Am Ende leistet er gemeinnützige Arbeit. Ja. Okay, reicht's mal. Okay, wenn das so weitergeht, ist der ganze Let's Play Part im Arsch. Weil der so viel redet. Der redet ja mehr als ich im ganzen Part. Also, hallo? Geht's noch? Wir haben jetzt hier noch unser Freund. Ich weiß nicht, wie lange dieses Gespräch gehen wird. Denn ich muss einen Cut machen jetzt leider. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Schaltet dann wieder ein. Und bis dann.